die Runde zum Führer hier die Ecke die Fertigke doch das Spielchen in Asien Reuslaufgup verspätet ich hatte die großen wo aus dem Giffen der Steller steller hier macht das wollen wir machen generat ich habe den ich glaube ich habe ich habe die gebürtet irgendwie weg das ich bin der bambus sei der bambus er kommt wieder ja die woche zu ruhm und ehre wach du ein ne wie war es der verkackt ja dafür generatoren nicht verkackt er kommt an er kommt an er ist ganz hinten ein gebürt das andere so waren glaube ich auch die 80er ein bisschen wissen nicht so weit man nicht so wirklich ich höre jetzt kaufen wo ist der wach wo ist der wach wo ist der wach ich mache auf dem berg ganz angst na was geht ja damit dann werde ich wirklich gut ja aber sonst will ich dass du weißt du und jetzt ist weil jemand alles was das gefriedigt hat er sich erschrocken ja man noch zwei generatoren ich mag die weg wenn ich so heute bin ich wieder dermaßen auf der palme könnte ausfassen was ist jetzt bei mir ja du hast du bist ja noch stufe 1 du bist easy machen wir das weitermachen muss ein ich glaube du musst den fähigkeitscheck machen da hast du es vorbei fast das ganze nein also das ist das zugeheben ja und wenn das voll ist dann hast du sie kurz ach so da hast du diesen fehler den ich gerade hatte aber sie ist er kommt ganz langsam auf uns zu nicht so laut junge ja wie sorry die machen das leise er fand nur davor stellen und dann wenn du hinten genau dahin rennst dann was komplett laut ich weiß sicher nicht das würdest du vorher brüllen ich verstecke ich hier im Schrank dann läuft nun nun ich kann dann läuft aber halt aufschlossen noch bis zu 99 Prozent er hat das anbordet der Kassel an das Prozent der Beine das kann ich da er hat eine Kürze der Kassel an ihr was zu nachdem die Reco-Hopper er machte die Firma und nicht richtig er ist nicht das Ziel ist ein zum ausgang zu meinen türen auf das auf einmal ganz direkt vor der tür Prozent 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 für die übergeheißte so was auf er fällt er stellt ein Meter von Mauskern auch das Klöte wir mussten er war schlecht genau wie du ich habe überlegt das kann der auf dem gewissen doch hast du hast bis hast den killer direkt sogar live gelockt er hätte nicht der er sollte sich ja nicht treffen lassen müssen er hätte nicht werden ist genau das hätte die stelle das ist ja es über morgens bin ja trotzdem wir sind gekommen gekommen ja einer hat sich schafft aber mein 400 punkte wir haben es geschafft wie sie wollen hat hat so viele Punkte wie du du jetzt auf einmal nach realistellen das ist jetzt echt verarscht das ist so richtig dumme kackschiebung hier ganz ehrlich ich werde doch so gut wie du es passt ich bin ich kann nur positives feedback geben ich wollte ich demogorgon was demogorgon zwölfings gegner geil ich hab kein bock mehr ganz ehrlich hier ist das ist vielleicht cool dann aber man buddelt der bulten loch aber man steht da hinter dir ja instant tot das ist cool ich freu mich weißt du ich habe gerade mit fünf meter begreifen aber ich habe direkt für das handel das ist von demogorgon und wir beide besieh ich was david king also anus war schon bei mir ich bin bei so einem kran nein du bist auf der anderen seite der map von mir ich mach jetzt einfach generator jetzt hat es ein zwölfingsgebot das wäre das von der stimmung her was geil ist das gibt es doch nicht ich bin weg nein nein anus rettet dich schon svensson Der rett schon zu dir. Aaaaaaah! Hu! 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 Aber mir ist hier nicht! HUR AUF! Hey! Oh, wie der brüllt! Wie cool ist der denn? HUR AUF! Hast du mir gehört, dass er dich nicht isst? Er hat mich einfach aufgehangen. Aber einer ist ja direkt bei dir. Er kommt jetzt so in meine Richtung so langsam. Er macht den Generator kaputt. Jetzt rette mich! Jetzt mach! Deine Stimmung ist direkt für den Keller! Alter, ey! Boah! Weißt du, ich sag doch grad noch so, ich bin auf fünf Meter, bin sofort... Wie cool der ausseh, die... Ich finde, voll heftig! Das Generator. Das Generator. Ja, der war dann genau wobei... Wo ich bin! Du fuchst! Gerettet! Für die Punkte! Ich rette! Ich rette ihn wieder ein. Naja, mach mal. Ich rette dich, Kollege! Ah! Das ist ja direkt da! Ich bin ja Full Heal. Wo bin ich denn Full Heal? Ha! Hab ich nicht erwischt, der Nubbel, ey! Karla! Oh Gott! Ist er ihn! Na Sven, da ist gut, ich rette dich jetzt! Ah, da bist du! Ich hab die doch gerade gerettet vom Haken! Und jetzt stirbt die einfach wieder! Ich wollt sie doch nur heilen! Ich glaub, wir schaffen keinen weiteren Generator bei dem Ding! Ich hab... Ich bin fast in seine Arme gelaufen auszusehen! Na, was geht ab, Brudi? Ja! Er kommt! Kommt ja gar nicht! Ja, sich! Ja, sich! Ich geh jetzt gerade wieder am Generator und dann... Ey! Hör doch mal auf mich! Ey! Woher warst du das? Waha! Juhu! Waha! Oh, Maaaaannnn! Ist schon krass, das Süßen. Arschlochfies das! Darauf halte ich erst malesser Knäckebrot. Ah! richtigen tag zu finden ich bin auf dem weg ich glaube der einzige der hier gerade richtig punkte macht ist das kack ding da nicht weil ich dich gerade heile er hätte die falsche richtung easy glück gehabt ich hätte mich sonst geopfert ach rette mal den anderen typen sind er kommt sei vorsichtig er zieht mich schon wieder ich versuche ihn mal abzulenken ich versuche ihn mal abzulenken er rennt zu dir es geht ab vermutlich hier aber ich finde das viel geil ich habe nur die volle hebe damit gehabt aber ich bin trotzdem geil so ein mieses ding jetzt liegt auch nicht auch und auch mann what the fuck das war ja kein stück deutsch ich habe nur auch um anverstanden in der komischen nordischen sprach jetzt hängt er auch noch wieder ein ich flippe aus ja vielleicht vergisst er dich weil ich jetzt hier krasse dinge tue ja es kommt finde hilfe ja ich rette anus weißt du ich habe fucking erste hilfe koffer bei mir dann kann ich mich selber heilen ja du bist auch tot ja aber trotzdem du bist auch seelisch tot ich habe die weiß beste medizin hier und dann warte erstmal um die ecke gehen ja tschüss wenn da ist da will ich doch rein es wird den anderen schrank NEIN warte nicht auf Liga machen NEIN warte nicht auf die scheiße NEIN 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 juhu tja Yannick viel Glück du schaffst das schon ja das ist auch tot ich suche mal ich suche mal so ein komisches Ding das ich äh Luke nenne ein mieser Kerl oh das ist die Luke ich weiß stirb Ardus stirb nein er weiß wo die Luke ist nein das ist doch scheiße er macht die hier zu scheiße das ist ein mobbing das ist ein mobbing das ist echt mobbing sind alter er zählt die anderen ausgänger auf oder ja man muss den jetzt auch noch aufmachen ok du musst die auch machen ja ja krass darauf noch mal ein stück knäckebrot oh oh wieso ich das besetzt die wenigsten Probleme mit dem kack Ding ich weiß aber jetzt ist das Problem wieder er ist da go Yannick go jetzt redet die nächste Runde die VC dann ist das in der frrale du weißt du ja du weißt du du weißt du die die du weißt du Das ist auch Erepp. Vielen Dank für das Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es war cool für euch und so. Und dass ihr die Demogorgon gesehen habt. Das war das erste Mal, dass ich den jetzt außerhalb von Visual Things gesehen habe. Bis zum nächsten Mal. Hab's rein. Und ciao. Tschüss. Tschüss.